hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde world of tanks hier im studio mein name ist master schröder und bei uns ist er thompson der wuss so wir haben oder wir müssen hier verteidigen sind in einem gefecht als sechser rein gespawnt wieder mit achtern naja gut also halten uns lieber wieder dezent zurück und versuchen uns nicht mit den ganz dicken petten anzulegen und der jede menge sechser auch dabei und ich will uns erst mal zurückziehen würde ich sagen oder ich glaube ich muss diese doofen musik und will das ding mal ausmachen hier das ist ja furchterregend ja und grauenhaft zugleich zugleich ich möchte ein bisschen nach links und spotten ich glaube ich bin ich rückwärts gefahren oder werde ich schneller gehen, na egal macht nix ja macht ja nix haben sie arty? das ist noch überschaubar wer ist da bei dir? amx amx ach wenn er hochkommt musst du gerade eine andere position finden ja da kommt gleich zum hoch oh du hast ja schon eine genommen das kommt noch nicht mit rome oder ist da amx? da komme ich irgendwie nicht ran ich habe eine schlechte position aber ich habe eine schlechte position ach gut das war ja jetzt ach gut das war ja jetzt ein kurzes geschäft ja weil die in der stadt wieder mal keinen druck machen da und die können einfach komplett reinfahren ich muss wieder erst schauen wo gute positionen sind auf der karte aber wenn die da mal so weit in der stadt drin sind können die arty auch nix machen ne das ist nicht gerade so gut und wir haben einen bot der fällt im kreis wir haben sie nicht mal angekratzt er dreht nur seine tour sani fighter report bot er macht nichts er steht nur ja und er ist ein head der sani fighter da müssen wir kommen ich weiß die so wo ich bin das ist nicht gut weil die mir eine mit ihrer hi schleuder fenster dann ah ah fucking leben wir gar nicht mehr so viele von uns ja äh wo ist der denn jetzt verschwunden schön unten drunter durchgeschossen kann man ja mal machen soweit wirkungsstreffer kette beschädigt gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet ach das ist ein löwe ich hab den für die tier 34 gehalten der ging voll durch ihre panzerung oh jetzt krieg ich von hinten auch noch hallo guten tag kette wurde getroffen sie kann jeden moment reißen der ging voll durch ihre panzerung mein amore lager hat es leider zerwichst ja gut dann muss ich mal reparieren schnell noch bevor wir platzen hier das zeigt sich aus keine ahnung wenn der löwe rumkommt dann kann ich ihn eins ins kettenrad gehen wenn die iso da hoch fährt dann kann ich dir vielleicht auch das leben aushauchen jetzt sehe ich sie leider nicht mehr ah löwe komm rum will ich sehen komm rum ah fahrzeug zerstört schade ja also ich hab mehr schaden gemacht als im gefecht vorher hm was ich eben gerade noch alleine aufgenommen habe mn 1300 schaden gemacht 400 abgewehrt 156 so zugelassen naja gut puh eigentlich keine schlechte runde aber Witze machen ne noch ne arty und ne su 152 die irgendwo rumfährt ist ja nicht so dass in der stadt der fight ist ne min jung könntest doch in die stadt fahren einfach mal dahin fahren wo der fight du kannst dich natürlich auch versenken das geht auch ach Leute ey das ist das warum ich mir in diesem spiel einen pve modus wünsche wie ich einen arm und wofy habe ja das spiel an sich ist richtig gut aber die leute halt das ist manchmal nicht schön ärgerlich sowas da gucken wir mal in die auswertung wie gut wir waren mit unserem 6er hier im 8er gefecht eigentlich war das nicht schlecht wieder schneller machen ich muss die mausintensität im zielfernrohr äh ja gut das sagt vieles wenn der 6er top ep ist gut okay dann können wir das auch hochladen würde ich sagen also so schlecht kann ich nicht gewesen sein es ist natürlich nur ein kurzes gefecht ähm ja witzig zu sagen dazu lief halt nicht so günstig für uns der t34 ist das so ein richtiger t34 und so ein ammi t34 warum hat denn der wohl doch einmal schaden gemacht ne zweimal hat er schaden gemacht schade gut das war ne runde world of tanks hier aus tgames studio mein name ist master sprüder bei uns war der thompson falls es euch gefallen hat wie wir hier verloren haben könnt ihr gerne ein like da lassen und oder ein abo ich würde mich riesig darüber freuen und uns beim nächsten mal wiedersehen bis denn tschüss servus